Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Das kleine Wir zu Hause vorstellen. Es hat 40 dünne Seiten, kostet 15 Euro und wird für 4 bis 7-Jährige empfohlen. Hier geht es um das, was Familien ausmacht, was sie zusammenhält, was wichtig ist und auch was man tun kann, um all diese Dinge zu stärken. Das Cover hier gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist sehr kindgerecht und vermittelt einem ein wohliges Gefühl des Zusammenhalts innerhalb der Familie. Auf den ersten Seiten wird gezeigt, dass jede Familie unterschiedlich ist, aber eben dennoch ein Wir hat, egal wie die Konstellation ist. Das vermittelt den Kindern unterschiedlichster Familien ein sehr schönes Gefühl des Dazugehörens, was mir wirklich sehr gut gefällt. Die Texte sind recht kurz gehalten, sodass man das auch mit den Kleinen ganz gut lesen kann und man eben das Wesentliche mitbekommt. Diese rote Schnur finde ich auch besonders schön, weil sie zeigt, dass man immer eine Familie ist, egal wo sich jetzt eben jeder einzelne Familienangehörige befindet, ob er bei der Arbeit ist, eben im Kindergarten und so weiter, dass man trotzdem eine Familie ist und aneinander denkt. Auch werden hier nicht nur die schönen Seiten, sondern auch mal Streit oder Mangel an Zeit seitens der Eltern zum Beispiel gezeigt, was ich realistisch und auch sehr wichtig finde, dass die Kinder eben auch sehen, dass es ebenfalls zu einer Familie dazugehört, wenn man mal streitet. Aber zum Schluss wird gemeinsam eine Idee entwickelt, wie man diese Situation in Zukunft besser machen kann, was sicherlich ein schöner Ansatz für viele Familien sein könnte. Uns hat das Buch wirklich sehr gut gefallen, weil es so viele tolle Aspekte einer Familie abdeckt. Es zeigt sowohl Kindern als auch Eltern, wie der Alltag eben sein kann und auch, dass es normal ist, wenn man nicht alles perfekt läuft. Doch wenn man das Wir nicht aus den Augen verliert, wird immer alles gut. Ein wirklich schönes und berührendes Buch in meinen Augen für die ganze Familie. Davon gibt es noch ein paar andere Ausgaben, die verlinke ich euch. Da gibt es zum Beispiel dasselbe auch in der Schule oder als Großformat. Findet ihr alles wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Ja!